Willkommen bei der Gärtner, der Janus Noratti bei den exotischen Pflanzen zu vermeiden und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und Tik Tok. Schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und deine Geräte, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und Tik Tok. Und schaut auf meine Homepage vorbei, schaut auf den YouTube-Kanal vorbei, lasst bei ihm ein Like da und ein Abo da und schaut bei meinem Merch vorbei, schaut bei ihm vorbei und am Ende des Videos könnt ihr da Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Ihr müsst vier Sachen machen, wenn ich euch begrüßen soll. Den Kanal kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, Kommentar schreiben, das Video teilen und das Video liken. Und heute machen wir mal Feigen, das zeige ich euch. Jetzt schneiden wir so schräg auf. Seht ihr, die Samen schon. Jetzt müsst ihr einfach das Messer so nehmen. So. Dann mal bekocht, probieren. So. Jetzt geht es weiter auf. Jetzt geht es weiter auf. Jetzt kriege ich jede Menge Feigenpflanzen. So. Probieren wir mal. So. Mh. So. Mh. So. Mh. Und jetzt machen wir die zweite. Und jetzt machen wir die zweite. Mh. Das ist wirklich sehr. So. 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 jetzt da mal ein bisschen abduppen da bleiben wir auch zusammenhängen jetzt habe ich einen Topf geholt und erde jetzt da mal die Erde da hinein so und die Teigensamen da mal so dann noch ein bisschen vermischen ja der ist schon fertig jetzt und die zweite jetzt da mal Erde drüber und an angießen und Etikett und dann kann es wachsen tschüss Leute abonniert meinen Kanal Daumen hoch schauts in die Videobeschreibung schauts mir gerne in die Kommentare schauts Kanalinfo schauts bei i vorbei und am Ende des Videos könnt ihr da Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren steigt das Video mit eurer Freunde Familie bei Facebook bei Whatsapp auf Instagram auf Snapchat überall und schauts bei meinem Homepage vorbei und bei meinem Merch bis zum nächstes Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video